Musik 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 Sibel, was war denn dein wunderbar-Together-Moment? Das ist witzigerweise in Deutschland passiert. Also ich bin dem ehemaligen Präsidenten Obama vorgestellt worden und der wusste zum Beispiel, dass das Gute an Game of Thrones, ah, I'm sorry they killed you off. Ich so, I'm not sure if you're sorry. Hat Obama gesagt? Ja, schön. Du hast aber so richtig gemerkt, es war ironisch gemeint, weil meine Rolle am Ende doch nicht gerade geliebt wurde. Sagen wir es mal so, und ich musste echt lachen, habe gesagt, I'm not sure if you're sorry. Aber der war so, das war so spontan, das war wirklich so ein Aha-Moment, so ein wunderbar-Together-Moment, dass man dachte, genau das ist die Kunst, oder was Kunst macht, Menschen verbinden. Musik 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 Aber jetzt frage ich dich mal, Michelle, hattest du ein wunderbar-Together-Moment? Ich erinnere mich sehr gerne zurück an eine Reise, die ich gemacht habe nach Texas. Da haben wir die Nachkommen der allerersten Auswandererfamilie der Deutschen getroffen. Und das war extrem spannend in einem kleinen Dorf. Und da gab es auch die Green Dance Halls. Und in dieser Line Dance Hall sahen uns Leute und merkten, dass wir Deutsche sind und sprachen uns auf Deutsch an. Und das war ein toller Moment, ja. Da ist so eine ganz tiefe Verbindung gewesen über die Geschichte Deutschland-USA, dieser Ein- bzw. Auswanderer-Geschichte. Und das ist das eine. Und das andere, was man eben auch gemerkt hat, ist, dass die gleichen Fragen auch die Menschen umtreiben, egal wo sie sind. Bei allen unterschiedlichen Ansichten, die es eben auch gibt, man kann miteinander reden. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch beibehalten müssen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.